Musik Zunächst einmal ein kurzer Rückblick auf unsere Storchensaison 2019. Das seit 2017 im enger Bruch brütende Weißstorchenpaar hat in 2019 drei Junge erfolgreich aufgezogen, obwohl das so ganz nicht stimmt. Als die Jungen etwa sieben Wochen alt waren, verunglückte das Männchen auf einem Hochspannungsmast tödlich. Das Weibchen war also gefordert, die Jungen noch gut zwei Wochen bis zum Ausfliegen ausreichend mit Nahrung zu versorgen. Unermüdlich schaffte es so viel Futter herbei, dass den Jungen keine Unterversorgung anzumerken war, ignorierte aber die Ersatznahrung, die zwei Wochen lang vor der Nisthilfe ausgelegt wurde. Auch nach dem Ausfliegen ging die Versorgung noch eine Woche weiter. Elf Tage nach dem Verlassen des Nistes schlossen sich die Jungen einem Trupp umherstreifender Störche an und kehrten nicht mehr ins Gebiet zurück. Jetzt wurde vom Weibchen ein schon seit einiger Zeit anwesender Storch, der bisher vertrieben wurde, geduldet. Es konnte dann mehrfach beobachtet werden, dass beide gemeinsam auf dem Nest übernachteten. Ende August verschwanden sie in Richtung Überwinterungsgebiet. Diese Geschehnisse dürften dann in 2020 für eine spannende Situation sorgen. Die neue Saison begann am 18. Februar mit dem Auftauchen eines Weißstorches im Engerbruch. Dieser Storch machte den Eindruck, mit dem Gebiet und auf dem Nest recht vertraut zu sein. Es könnte sich also um den Vogel handeln, der sich im Vorjahr um unser Weibchen bemüht hatte. Da er nicht beringt ist, bleibt das allerdings Spekulation. Am 22. Februar große Freude bei der Anfahrt zum Beobachtungsgebiet. Zwei Störche stehen auf der Wiese, auf der sich die Nisthilfe befindet. Nach sorgfältiger Beobachtung durch das Fernglas folgte die Ernüchterung. Der zweite Storch war zwar beringt, aber am falschen Bein. Also nicht unser Brutweibchen vom letzten Jahr. Leider war das Wetter um 16 Uhr nicht fotografenfreundlich. Dennoch konnte bei starker Vergrößerung der Fotos festgestellt werden, dass es sich bei dem Neuling um einen Vogel handelt, der in den Niederlanden beringt wurde. In den Folgetagen waren bei den Kontrollen fast stets beide Störche anwesend. Sie suchten gemeinsam auf den anliegenden Wiesen nach Nahrung, die fast ausschließlich aus Regenwürmern bestand. Bei dem vorherrschenden Wetter kein Wunder. Gemeinsames Ruhen auf dem Nest war ebenfalls oft festzustellen. Beide gingen sehr harmonisch miteinander um. Der Beobachtungsstandort liegt zwischen 160 und 170 Meter vom Nest entfernt und ermöglicht eine störungsfreie Beobachtung gegenüber den Störchen und dem geringen Straßenverkehr. Aufgrund der seit einiger Zeit anhaltenden Regenfälle sind die in Nestnähe befindlichen Wiesen teilweise überflutet und bieten auch anderen Wasservogelarten ideale Bedingungen, obwohl nicht jeder davon profitiert. Inzwischen nähern sich die Störche dem Beobachtungsstandort bis auf 60 oder 70 Meter und ermöglichen, brauchbare Fotos vom Ring des holländischen Vogels zu machen. Am 26. Februar zeigt sich, wie ernst es die beiden Störche damit meinten, hier zur Brut zu schreiten. Ein Nilganspaar, das sich schon im letzten Jahr und in diesem Januar für die Nisthilfe interessierte, landete mit lautem Gezeter, wie für Nilgänse üblich, auf dem Nest und bekundete Besitzanspruch. Unsere Störche befanden sich auf Nahrungssuche etwa 50 Meter ostwärts der Nisthilfe und reckten sofort die Köpfe hoch. Etwa 20 Sekunden nach der Landung der Nilgänse flog das vermeintliche Storchenmännchen auf und vertrieb die Eindringlinge. Wenig später folgte das vermeintliche Weibchen und wurde auf dem Nest ausgiebig begrüßt. In den nächsten beiden Tagen kommen Zweifel an der Ernsthaftigkeit einer Behutbereitschaft auf. Das Weibchen zeigt sich wesentlich weniger im Bereich der Nisthilfe und fliegt oft sehr hoch in verschiedene Richtungen ab. Die letzte Sichtung im Februar folgte am 28. Vormittags auf der Wiese vor dem Transportbetonwerk. Nun gut, für eine Brut ist es noch viel zu früh. Oder sucht das Weibchen ein besseres Nest und einen anderen Mann?